Moin! So, wir sind hier in... wo sind wir? Ré-sous-sœur oder so ähnlich. Ré-sœur. Schöner Platz hier am Hafen. Wasserversorgung, Chemietoilette-Entsorgung. Hier sind extra Häuschen mit WC und Dusche. Abwasser, Grauwasser-Entsorgung haben wir nicht gefunden hier. Jetzt geht's auf dem Weg nach Roskilde. Moin! Ich habe gut geschlafen, falls uns allen interessiert. Und du hast gesagt, wohin geht's doch? Ja, weil... Weil ich so geschnarcht habe, mal wieder. Meine Frau schnarcht nicht. Sie schnurrt. Wie eine Raubkutze. Ähm, ja. Also, wir sind jetzt auf dem Weg nach Roskilde. Da gibt es was? Den... den Dom. Den Dom. Ähm, wo die ganzen Gebeine von den ganzen Königen... ähm... ja, drin liegen. So, und dann gucken wir uns mal an. Oder die Gräber. So, und dann gucken wir uns mal an. Oder die Gräber. Und dann wollten wir weiter nach... Stevens-Klint. Das ist so eine... Düne, Stalldüne, Stallküste... Irgendwie sowas. Die Bilder sahen ganz gut aus. Gucken wir uns jetzt mal an. So, nochmal zum Platz. Äh, der kostet... Du könntest auch einen Kron in Euro bezahlen. Wir haben jetzt in Euro bezahlt 17 Euro. Äh, war ganz einfach. Ja, der Hafenkontor war geschlossen. Und dann schmeißt man das alles außen in einen Briefumschlag. Schreibt die Autonummer dazu. Die Nummernschild. Und schmeißt das in den Briefkasten. Beziehungsweise durch den Briefschlitz, was dann offen in dem Hafenkontor landet. Also auch ganz Wi-Fi Strom. Alles mit drin. Ja. WLAN. Free Wi-Fi. Ja. Ja. Und Frischwasser. Und Chemietoilette. Sag dich. Schuh. 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 Und all we need is love Die Straßen von San Francisco in Dänemark Dann haben wir uns gerade hier so eine schöne kleine Nebenstraße geführt Wie im Sommerland, bergauf, bergab, Serpentinen da drin Aber so immer Aber wirklich so hoch teilweise Wie im Sommerland Ja, da ist aber Sauerland ganz klein dagegen War schön Ich bin mal gespannt was noch kommt Genau Bis nach dem Weg nach Roskilde Ich weiß nicht wo uns das Navi hier langführt Ich finde das hier auf meiner Karte nicht Auf meiner analogen Karte Du musst dann mal ein Update von deiner Paper App machen Die sind hier nicht eingezeichnet Herzlich Willkommen in Roskilde Traur ich jetzt auch dabei Die Parkplatzsuche hat sich jetzt ein wenig komplizierter dargestellt Aber ich habe jetzt gerade den Namen Blende ich jetzt mal ein Und die Straße Da steht so weiße P's auf der Straße Da parken wir jetzt gerade Ohne Gewehr Ja P steht vielleicht auch für Privat Keine Ahnung Aber sieht ziemlich parkähnig aus P ist international Weil die anderen Parkplätze sind sehr voll und klein Also für ein Wohnmobil Ja wir waren gerade am Bahnhof Am Hauptbahnhof Da haben wir eine nette dänische Dame gesprochen Die sagte da kannst du aber nur parken Wenn du dir ein Ticket für die Bahn gekauft hast Also Park & Ride oder eben sowas Schätze ich mal Ja Und das haben wir nicht getan Also wir stehen jetzt hier Und wenn wir uns in diesem Leben nochmal wieder melden Dann war der Parkplatz auch ok Ansonsten suchen wir jetzt danach irgendwann unser Hühner Komm wir gucken uns Roskilde mal an Genau Und den Megadom da Ja hier kommen wir wohl auch 2,2 Stunden kostenlos Parken Auf der Domkirke Strade Hallo Tata Also hier am Haupteingang ist Massentourismus Ist aber auch klar gewesen glaube ich oder? Ja Ist auch an die was los hier Ein Eintritt kostet 60 Kronen für Erwachsene Genau 60 Kronen kein Hund Ist da auch klar Äh Wenn ein Hund mitgekommen wäre Er hätte dürfen wäre ich da reichen Also 60 Kronen Und finde ich sind jetzt keine 10 Euro Er hätte man mal machen können Ja Aber wir können ja nicht gemeinsam da rein Ist auch wieder berühlt Ne das ist ein bisschen Man muss nicht draußen bleiben mit dem Hund Oder du Aber die Kirche hat eine Menge Geschichte Also hier liegen die Gräber von den ganzen Königen Die ist angefangen 1170 zu bauen Genau 256 Jahre hat das gedauert Der eine Turm Der eine Turm nur Ja Guck mal ist ja Berlin relativ fix Der Bau zog sich mehrere Jahrhunderte hin Ja Also da kann der Berliner Flughafen sich noch nichts gezeigt lassen Aber die ersten die da landen wären so die Klingonen 38 gekrönte Häupter liegen hier in der Kirche Ist glaube ich auf den Grundmauern von drei anderen Kirchen erbaut worden? Ja 1536 war Ruskilde Hauptstadt Dänemarks Wurde auf jeden Fall dann Kopenhagen Wegen des besseren Hafens Ja aber hier die Kirche war Regierungssitz von Schweden, Norwegen 1416 wurde Kopenhagen als Hauptstadt Und bis dahin war Ruskilde Regierungssitz für Dänemark, Schweden, Norwegen Und dann wegen Reform, Reformation Wurde es dann geändert Okay Ja, fein Und im Übrigen Wir haben auch kein Fischbrötchen bekommen Aber wir suchen jetzt in Ruskilde nach einem Fischbrötchen Oder Zinsschnecke, hat er auch noch nicht gehabt Nicht oder Und 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 eine Zimtsschnecke Ähh Verhunger hier noch Das war Ruskilde Ruskilde Jo Wir wollten jetzt nochmal zu dem Stevens Stevens Klint Heuerubigade in Sture Heringe Okay Ich wüsste jetzt wo er ist Okay Ich wüsste jetzt wo er ist Ich muss übrigens Hafertaler aus Schweden essen In Dänemark Schwedische Hafertaler aus Deutschland Na, nein Ich komme aus Schweden Steht ja drauf So Okay Wir gucken mal wie wir da jetzt hinkommen Ja Und dann wäre das die zweite Etappe Übrigens der Parkplatz hat gut funktioniert Wir stehen nämlich immer noch hier Wir Bis gleich Moin 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 Also Gestern Regen Heute scheint die Sonne Wir waren mal wieder spontan Ja Ähm Damit wir nicht zu spät bei dem Stellplatz waren Und dann haben wir Stevens Klint Ja Beiseite gelassen Weil heute fahren wir ja nach Munns Klint Das ist so ähnlich Weil er doch gestern geregnet hat Und es hat gestern am Mittag dann auch noch ordentlich geregnet Ich bin auch nicht auf Klint vom Laden So, wir standen in Presto am Hafen Naja, der Platz war mäßig Es sind da Wird denn eigentlich ausgesucht? Du Oh Ähm Es sind Toiletten da Duschen da Man zahlt 158 Kronen Wie immer Am Automat Funktioniert alles wunderbar Wifi umsonst Ist das Wifi? Ja Ähm Es sind jede Menge Einkaufsmöglichkeiten da Es gibt ein Rema 1000 Ein Aldi Netto Many Äh Ja Also Da kann man sich eindecken Da gibt es auch noch die Einkaufszone Generell glaube ich nur so eine kleine Fußgängerzone Da waren wir jetzt nicht gewesen Weil wie gesagt gestern hat es geregnet dann noch Und Da haben wir da nichts mehr gemacht So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Munns Klint Geocenter Bei strahlendem Sonnenschein Ungefähr 50 Kilometer entfernt Ich bin da hoffen, dass wir da noch einen Parkplatz kriegen Aber heute ist ja mitten in der Woche Das sollte vielleicht nicht das Problem werden Ja Wir schauen mal Da sind wir ja Das sollte ich jetzt mit dem Weg nach Ich bin da Ich bin da Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir gucken mal weiter. Hier gibt es so, weiß ich nicht, 80 Millionen Aussichtspunkte hier. Alle schaffen wir nicht. Ja, alles Mäuschen ist durch. Ja, Trepp auf, Trepp ab. Pause. So, Päuschen muss sein. Also ich sage es gerne nochmal, Empfehlung. Müsst du dahin. Ja, also wer Mücken empfindlich ist, sollte sich vorher eincremen. Und gut zu Fuß sein. Aber hier gibt es ja so viele. Das ist jetzt nur die Klippenseite. Du hast dann auch hier die Wälder und die Felder, die Wiesen und Steppen und ich weiß nicht. Das ist ein Naturschutzgebiet. Aber es ist schön zu laufen und alles so im Schnapp, die Schatten, die Wege. Also von daher passt. Tippe die top. Ja. Absolut. Absolut perfekt. Mäuschen macht einen Mittagsschlaf. Bis zum nächsten Mal. Prost, ja, Prost. Wir sind jetzt ein Stückchen weitergefahren, 50 Kilometer, 63 Kilometer nach Lolland. Im Band Holm, ja, Lolland, auf der Insel Lolland, Band Holm, sehr schön. Ja. Und hier stehen wir jetzt auf dem Stellplatz. Und da hat man Schnucke Schnurzen, die haben wir wieder ganz hervorragend, ganz hervorragend ausgesucht. Also es ist ein sehr großer Stellplatz. 50, ne? Ja, also 50 Leute, geht da hinten noch weiter, aber alles sehr neue. Wir waren hier, unsere Aussicht. Sehr locker. Ich meine, wir sind jetzt auch früh hier, ne? Ja, kommt noch dazu, wir waren ja, Mönsk-Lind, mega übrigens, also wirklich mega und einfach nur sehenswert. Ja. Und da wollten wir dann eigentlich nach Klecke, zu so einem Grab, Klecken in Toje oder so ähnlich, zu so einem alten, uralten Grabstelle. Haben wir aber nicht gefunden. Da waren zwar die Hinweisschilder, aber irgendwie war das eine Autostraße. Single Road. Wir waren froh, dass uns keiner entgegen kam. Und da war wohl der Hinweisschild rein in die Straße, aber etwa nichts zu sehen. Wir sind wahrscheinlich vorbei gefahren, aber naja. So haben wir gesagt, dann fahren wir jetzt hier hin. Wir haben jetzt auch so viel Input wieder gekriegt. Das war... Und das Wetter, ne? Ja. Das ist so heiß. Wir haben jetzt hier knapp 29 Grad. Und da haben wir gedacht, wir sitzen lieber unter der Markise, als hinter der Windschutzschabe jetzt. Ja. Obwohl hier fliegen diese kleinen, schwarzen Gewitterfliegen rum, diese... Bösen. Bösen. Nicht, aber... Nervig. Ja, komm mal so. So. Wir lassen uns das jetzt mal ein bisschen gut gehen. Kleines Päuschen machen. Ja. Und später zeige ich nochmal den Stellplatz. Ja. Und jetzt? Genau. Prima. Prima. Ja. Und weg. Weg den direkt. decide. Ja. Aber den re circle. Ja. Da. Na. Der. Ja. Ich. Sauber. 하� zaten. Du. verw Season einem Virus. In war. Du. The W shell. Love. Says. Die tip codASON wird chainsig.